Horoskop für heute, Löwe, 14. November 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Die erste Tageshälfte ist stark von einem etwas düsteren Mercursatorn-Quadrat geprägt. Sie haben es vielleicht mit einer missbilligenden Person oder Nachrichten zu tun, die Ihre Stimmung ein wenig trüben. Jetzt könnten einige Zweifel an Ihren Gefühlen oder Projekten auftauchen. Auch der Umgang mit Bürokratie oder mechanischen Problemen kann eine wichtige Rolle spielen. Wenn jemand oder etwas Ihre Pläne durchkreuzt oder Sie kritisiert werden, versuchen Sie, zentriert zu bleiben und sich auf das zu konzentrieren, was Sie wirklich über Ihre Situation denken. Geben Sie Ihr Bestes, um komplexe Energien vorüberziehen zu lassen oder entscheiden Sie sich stattdessen, Problembereiche zu beheben, um Ihre Position in der Zukunft zu sichern oder zu stärken. Aus Unterschieden zu lernen oder eine Verzögerung zu Ihrem Vorteil zu nutzen, um Verbesserungen vorzunehmen, ist jetzt das Beste für Sie. Im Laufe des Tages fühlt sich das Leben reibungsloser an. Mit der heutigen Mond-Merkur-Harmonie kann es lohnend sein, eine Vision, einen Glauben oder eine Idee zu teilen. Eine Abweichung von der üblichen Routine kann jetzt emotional erfrischend sein. Enttäuschung könnte heute in den Sternen stehen. Das liegt daran, dass der mentale Merkur, der auf einer Rennstrecke am Himmel war, immer wieder durchdreht und gegen Wände prallt. Er hat Ihr Solarhaus der Häuslichkeit mit Energie versorgt. Heute und morgen wird er Krieg mit dem eisigen Saturn führen, der in Ihrem Solarhaus der Intimität und des gemeinsamen Vermögens rotiert. Das bedeutet, dass Sie und Ihr Partner einige sehr schädliche und schlechte Nachrichten über Familien oder Haushaltsangelegenheiten erhalten könnten, vielleicht sogar in einen Streit zwischen Ihnen verwickelt werden. Unterschreiben Sie keine Vereinbarungen und lassen Sie nicht zu, dass die Stürme über Sie hereinbrechen. Behalten Sie Ihre Ideen für sich. Widerstehen Sie der Versuchung, Ihren kreativen Denkprozess öffentlich zu machen, wenn Merkur im Schützen im Quadrat zu Saturn im rückläufigen Fischestern steht. Am liebsten würden Sie es lauthals in die Welt hinaus posaunen, was Sie in Ihrem Berufsleben erreichen und anstreben möchten. Doch etwas hält Sie zurück. Es wäre klug, auf dieses Bauchgefühl zu hören. Wenn Sie über Ihre Ideen sprechen, könnte dies unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wie etwa negatives Feedback von anderen Fachleuten oder sogar dem gefürchteten Bösenblick. Wenn Sie mit Ihren Leidenschaftsprojekten erfolgreich sein möchten, unternehmen Sie Ihre Schritte in aller Stille. Ihr Wunsch, vom rechten Weg abzuweichen, ist stark. Sie fühlen sich möglicherweise vom genauen Gegenteil dessen angezogen, von dem Sie wissen, dass es gut für Sie ist. Das soll kein Urteil sein, aber ein wenig Achtsamkeit kann Ihnen in den nächsten Wochen helfen. Ein wenig Ausgeglichenheit kann viel bewirken. Versuchen Sie daher, gelassen und ruhig zu bleiben, egal wie hektisch und verwirrend der Tag sein mag. Wenn Sie eine Eistöte wollen, sollten Sie lieber zum Laden joggen, anstatt das Auto zu nehmen. Das sollte ein lustiger Tag für Sie werden. Heute sind überall mehr Kreativität und Ausdruck zu spüren. Ihre Kommunikationsfähigkeiten sind von vornherein gut, aber mit dieser Schwingung werden Sie außergewöhnlich gut sein. Wenn Sie das berücksichtigen, zögern Sie nicht, sich aus beruflichen oder persönlichen Gründen mit anderen zu treffen. Sie werden wahrscheinlich farbenfrohe Ideen auf klare und prägnante Weise auf den Tisch bringen. Erwarten Sie auch, dass Sie magnetisch wirken. Andere werden sich natürlich von ihrer lockeren Art und ihrem künstlerischen Flair angezogen fühlen. Viel Spaß heute! Für Venus ist Ihr Abschied von einem spielerischen und kreativen Teil Ihres Horoskops und Ihre Rückkehr in Ihren geschäftigen Arbeitssektor eine bedeutende Veränderung, aber das Leben wird nicht plötzlich nur noch Arbeit und kein Vergnügen mehr sein. Auch ohne die Rückkehr des Mondes in einen abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops gleich nach Venus, Abgang wird die spielerische, kreative und abenteuerliche Seite des Lebens gut unterstützt und wird es für den Rest des Jahres sein. Dies ermöglicht Venus, rechtzeitig in Ihren Arbeitssektor zurückzukehren, um Ihnen zu helfen, das Beste aus den letzten Tagen von Pluto, dem Planeten der Veränderung und Transformation, hier herauszuholen, bevor er nächste Woche abreist und aus einem Vollmond in Ihrem Karriere-Sektor später in der Woche. Kurz nachdem Venus, der Planet der Liebe, heute ihren romantischen Sektor verlässt, kehrt der Mond für seinen monatlichen Besuch in einen abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops zurück. In den nächsten Tagen wird sich der Mond mit denselben Planeten verbinden, mit denen Venus letzte Woche verbunden war, sowie mit Merkur, der für den Rest des Jahres in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops bleibt und die wachsende Verbindung zwischen dem Geist der Romantik und des Abenteuers unterstreicht. Täglicher Planetenüberblick Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um uns auf die kosmischen Schwingungen des heutigen Tages einzustimmen, denn in den Sternen ist viel los. Heute steht Merkur im Schützen im Quadrat zu Saturn im rückläufigen Sternbildfische und damit steigt die Gefahr, dass die kommunikative Spannung ihren Höhepunkt erreicht. Diese kosmischen Kräfte könnten zum Nachdenken anregende, sogar intensive Gespräche anregen, insbesondere über Verantwortung und Rechenschaftspflicht. Wenn Sie in letzter Zeit gespürt haben, dass sich bei diesen Themen Spannungen aufgebaut haben, sind Sie nicht allein. Diese Energie ist da, um Klarheit zu schaffen und uns zu helfen, alle ungelösten Probleme anzugehen. Und denken Sie daran, manchmal ist ein wenig Spannung nur die Art des Universums, uns zu der Klarheit zu führen, die wir brauchen. Es ist so ein Tag, an dem Sie sich vielleicht öffnen möchten, aber ein wenig zögern, fast so, als ob die Worte, die Sie sagen wollen, irgendwo auf dem Weg stecken bleiben. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an denen Sie wussten, was Sie sagen wollten, es aber schwierig fanden, es auszudrücken? Das ist die Art von Energie, die der Kosmos heute fördert. Dies ist kein Hindernis, sondern eine Einladung, in unseren Gesprächen einen nachdenklichen, reifen Ansatz zu wählen. Heute drängt uns das Universum dazu, über das zu sprechen, was wirklich wichtig ist, statt über alles, was uns in den Sinn kommt. Betrachten Sie es als einen Tag, an dem wir uns in unseren Gesprächen auf Tiefe statt auf Quantität konzentrieren. Wenn es etwas gibt, das Sie schon immer ausdrücken wollten, aber nicht wussten, wie Sie es angehen sollten, ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, warum es wichtig ist und eine sanfte, aufrichtige Art der Kommunikation zu finden. Manchmal sind es diese tiefgründigen Gespräche, die uns helfen, eine tiefere Verbindung zu den Menschen aufzubauen, die uns wichtig sind. Diese Energie könnte sich in einem Gespräch manifestieren, das im Kleinen beginnt, aber schnell an Dynamik gewinnt. Vielleicht haben Sie oder jemand in Ihrer Nähe eine Sorge oder ein Gefühl zurückgehalten und heute findet es seinen Weg ans Licht. Es ist für uns ganz natürlich, manche Dinge beiseite zu legen, in der Hoffnung, dass Sie sich von selbst klären. Aber ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass ein Problem, wenn wir es vermeiden, auf komische Weise wieder auftaucht? Es ist fast so, als würde uns das Universum sanft daran erinnern, dass ein Problem selten verschwindet, wenn man es ignoriert. Ja, das kann unangenehm sein, aber die Energie von heute unterstützt uns dabei, diese Dinge direkt anzugehen. Auf diese Weise können wir verhindern, dass aus kleinen Problemen große Herausforderungen werden. Anstatt sich also von allem, was auftauchen könnte, überwältigt zu fühlen, versuchen Sie, den heutigen Tag als einmalige Gelegenheit zu sehen. Dieser kosmische Einfluss ist wie das flüsternde Universum, es ist Zeit, die Dinge zu klären, stellen Sie sich vor, wie viel leichter Sie sich fühlen könnten, wenn Sie sich diesen Sorgen stellen. Waren Sie schon einmal mit einer Situation konfrontiert, vor der Sie sich gefürchtet haben, nur um dann festzustellen, dass sie nicht so einschüchternd war, wie Sie dachten? Das ist die Energie des heutigen Tages. Die Sterne unterstützen Sie dabei, diesen Schritt zu tun, und wenn Sie es tun, könnten Sie ein enormes Gefühl der Erleichterung verspüren. Achten Sie im Laufe des Tages darauf, wohin Sie Ihre Energie lenken. Es passiert schnell, dass Sie das Gefühl haben, alles auf einmal erledigen zu müssen, besonders wenn das Leben hektisch ist. Aber betrachten Sie Ihre Energie als wertvolle Ressource und geben Sie sie mit Bedacht aus. Vielleicht haben Sie das Gefühl, Sie wären auf einer malerischen Wanderung, mit einer wunderschönen Aussicht gleich hinter der Kurve. Unterwegs gibt es verlockende kleine Pfade, die Sie in verschiedene Richtungen führen. Natürlich können Umwege aufregend sein, aber heute ist es am besten, auf Kurs zu bleiben. Nehmen Sie sich also einen Moment Zeit und fragen Sie sich, was braucht heute wirklich Ihre Aufmerksamkeit und was kann warten? Welche Aufgaben sind sinnvoll und welche könnten tatsächlich Ablenkungen sein? Indem Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, können Sie Ihre Energie für die Dinge freisetzen, die am wichtigsten sind. Und denken Sie daran, es ist in Ordnung, innezuhalten und tief durchzuatmen. Manchmal ist ein Schritt zurück die produktivste Entscheidung, die Sie treffen können. Er gibt Ihnen Klarheit und Raum, um die besten Entscheidungen zu treffen.